so wein die schmeiß ich da runter keine achse schüpf gleich nach nein nein wow jetzt habe ich ein problem jetzt habe ich ein problem wie krieg ich den da raus so wir kommen zurück zu sticks let's play sticks master of shadows und ich weiß gerade nicht da unten vielleicht kann ich da rein vielleicht bringt mir das was wir flüchten gerade aus dem turm zusammen mit der königin die haben wir mitgenommen die die wollte mit mit uns reingekommen sind wir ja durch quasi luftpost rauszukommen ist ein bisschen schwerer alter was ist denn hier trainingslager oder was wenn wir mal trainieren ganz ganz leise zu sein anfang tun wir bei dem hier den lederstiefeln knerks knerks oder ist noch einer in 119 meter nicht kann die station unser ziel Das wäre doch einfacher gewesen Oh Ja, guck mal Klose zu Da drüben liegt eine Münze, die brauch ich dann auch Schön, schön, schön Schöner Kill, sauber Rein da Münze Da war doch noch einer Wurfmesser, komm, gib mir das Wurfmesser Gib mir das Wurfmesser Ich will das Wurfmesser haben Habe ich Wurfmesser? Nein, ich habe keine Wurfmesser Gib mir das Wurfmesser Ach, da oben geht der lang Der ist alleine, oder? Ja Eigentlich kann ich den laut auch töten Muss ja nicht leise sein Rein da Trank können wir trinken, dann haben wir wieder Platz So Meine Freunde Von vorne ist noch einer Kriegen wir das so auf? Ja, aber da wollen wir glaube ich nicht Rein Sieht aus wie so ein typischer WoW Alliierten Paladin Da kannst du was hören Da hinter der Tür Ich mach die Tür nicht auf Ich seh nix Wenn ich dich nicht seh, siehst du mich nicht Ja, der schläft aber Weit weg vom Ort des Geschehens Ach man Was passiert, wenn ich da aufmache Speichern Wurfmesser? Ach, ok Leise töten Ein Tötungsspiel Kann ich hier verstecken? Ja, war schön Betranken brauchen wir nicht Nehmen wir mal Licht aus Ach nee So, schnell und sauber Licht aus, dass ihn keiner findet Was ist hier passiert? Karambolage Alter, ich muss da noch Ganzen Weg zurück gehen So, jetzt sind wir hier Wo wir vorhin drauf springen wollten Da oben liegt eine Münze Uh Komm Die gönne ich mir Vor allem können wir da oben Vielleicht raus Nee Nee, 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 nee Nee, 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 nee Schleichen mal erstens Die Wachen sind zumindest weg Ja komm Dann ist es sehr einfach Da ist einer Da ist einer Da kommt einer Da kommt einer Da kommt einer Schnell weg Schnell weg Schnell weg mit dir Fall runter Gut Ach Nicht so gut Gut Das ist noch nicht auffallen Verdammt Zu früh losgelassen Viel zu früh So Freiflug Auf Wiedersehen Ja Ja, du hast einen Fehler gemacht Nein, 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 nein Nein, 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 nein Alter, der ist ganz schön flink Gebenstrank Komm Alter, war der flink So Hier ist zu Verdammt Hier vielleicht Ach, das sieht sehr Kanalisationsmäßig aus Neun Meter Ja Wir haben es geschafft Ja Boah, ist aber ganz schön viel los Hier in der Kanalisation Ah Da hab ich schon wieder so einen Käfer gehört Da ist er Drecksviech Jo Starten wir Oh Wein Das ist doch der Typ Den wir töten müssen Ist der das? Ne Schade Ach Da hinten ist der Jo Da würden wir uns durchschleichen können Normalerweise Ja Sehr gut Irgendwo geht es da hoch Irgendwo muss ich da hochgehen Ach da Jo Man merkt es vielleicht am Ton Das ist eine neue Aufnahmesession Ich wurde beim letzten Mal unterbrochen Darum mach ich jetzt hier so weiter Ich hab das aber noch alles im Kopf Das ist so geil Ich will fast immer machen ja Das ist so geil Hier ist irgendwo ein Wachmann Hier sollte ein Wachmann sein Das ist so geil Ich bin Das Taste Ich bin Das ist so geil Ich bin Ich bin Ja Hier Ich bin Ja, wasch doch einfach mit Säure. So, der Typ da drüben, das nächste Opfer. Ich entsorgen die Leiche, obwohl da eh keiner langkommt. So, die schmeiß ich da runter. Ich hüpfe keine Axt, ich hüpfe gleich nach, ah, ah, nein, nein, wow, wow, jetzt hab ich ein Problem, jetzt hab ich ein Problem, wie krieg ich den da raus, hoffentlich kann ich den von innen nehmen, vor allem den Typen, den kennen wir doch, ach, das ist der, das ist der vom Anfang, der Geschäftspartner davon. Vom, wie heißt der nochmal, ja, von unserem, verdammt, wie fährt der Name nicht mehr ein? Ja, egal, wir sind zum Schluss eh. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir das hinkriegen, dass wir den wieder mitnehmen können. Vielleicht so? Nein. 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 Nein, ich glaub ich hab's versaut. Ich hab's versaut, Leute. Ja, richtig. Geh da hoch. Geh da hoch. Ich bräuchte einen zweiten Spieler, der mir hilft. Nein. Jo. Ähm. Ich würd sagen, wir sehen uns gleich wieder, an der Stelle. Äh, nur ohne dem hier. Ich schmeiß den jetzt runter, nur um zu gucken, was dann passiert. Ah, nehmt sie wegschlagen, ja toll. Gut. Äh, wie gesagt, wir sehen uns hier, hier drinnen. Hier, irgendwie sehen wir uns gleich wieder. Ne? So, Leute, ich hab's jetzt soweit vorbereitet. Der Auwein ist wieder da. Dann haben wir jetzt folgendes Problem, wir müssen dahin zum Versteck. Der Weg dorthin ist, naja, es sind ziemlich viele Wachen auf dem Weg dahin. So, das wollte ich sagen. Toll, wenn man hier irgendwie aufkriegen wird. Dann haben wir schon Sieger. Der ist runtergefallen. Da ist nur einer runtergefallen. Nein, 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 nein. Oh, sie sehen mich, sie sehen mich. Am Tisch vielleicht? Bin ich hier versteckt? Hm. Ja, gibt's nix, ne? Ja, die zwei müssen wir auf jeden Fall ausschalten. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Und der Tisch, schnell. Ja, wenn der nachgucken kommt, dann... Oh, nee, sind zu zweit, sind zu zweit, schade. Ja, wir müssen auf jeden Fall da durch. aber wie ich glaube hier kommt nicht mal klon durch oder sorry doch klo wird durch passen der klo passt doch jetzt dann öffne dich da ist schon safe jetzt oder ja sehr gut sehr gut da hinten ist gerade jemand gelaufen ich drücke immer die falsche taste dachte gerade warum geht das nicht wieder zurück zu wechseln das heißt der herr da oben die kommen doch ab und zu runter oder wie jetzt gerade ja gut den schnappen wir uns noch dann gehen wir noch ins versteck und dann wenn ich die folge der eine armbust schütze darf leben da oben der guckt ihnen aus dem fenster so mag ich meine wachleute abgelenkt hier sand auffüllen wenn wir schon mal hier sind oh wein jetzt geht es ab zu oscar zudem ich immer oscar sage ich hoffe es wird sich keiner beleidigt tja ja genau gut und sieht da sehr stabil aus die konstruktion hier wie hält das überhaupt zusammen ab ins versteck ab ins versteck neben ziel erreicht jetzt aber jetzt ohne verlassen ja das war es für die sorry das war es für diese folge ich hoffe es hat euch gefallen falls euch gefallen hat das like da schreibt kommentar abonniert meinen kanal falls ihr es noch nicht gemacht habt oder zeigt euren freunden die videos das würde mich sehr freuen denn dann kriege ich mehr reichweite und wenn ich mehr reichweite habe dann macht es mir mehr spaß natürlich macht es mir immer spaß diese videos zu machen aber es macht hat mehr spaß sie zu machen wenn mehrere leute das angucken und nicht nur ein zwei zuschauer ein zwei zuschauer ja ja das war es auf jeden fall bis zum nächsten mal bleibt noch zu sagen oder irgendwas oscar wirst du noch was sagen nicht okay dann tschüss bis zum nächsten mal